Die Woche fängt genauso brisant an, wie die letzte aufgehört hat. Im Mittelpunkt die Landwirte in Schleswig-Holstein. Am Freitag gab es ja den, sagen wir mal, Vorfall mit Robert Habeck, als die Fähre vor Schlütziel blockiert wurde. Jetzt steht heute der Start der Aktionswoche der Landwirte an, Trecker Korsus inklusive. Ein Verkehrschaos scheint also vorprogrammiert. Wir versuchen in der heutigen Folge so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Mehr dazu gleich. Moin und guten Morgen an diesem Montag, den 8. Januar. Ich bin Yannick Burgemeister und heute gibt es diese Themen für euch. Kann Deutschland Handball-Europameister werden? Wie verhalte ich mich in der Grippewelle? Und außerdem blicken wir auf einige Themen, die in dieser Woche wichtig werden. Jetzt geht es aber erstmal los mit unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Die Bauernproteste sind ja spätestens seit Freitag bundesweit ein Thema. Doch die eigentlichen Bauernproteste, eine sogenannte Aktionswoche, beginnen erst heute. Und im Vorfeld wurde ja das Schlimmste befürchtet, unter anderem, dass alle Auffahrten zur A7 in Schleswig-Holstein von Landwirten blockiert werden. Mein Kollege Kai Müller hat sich die Pläne der Bauernverbände mal angeschaut. Kai, womit müssen wir denn heute rechnen? Ja, keiner weiß so genau, wie die Bauernproteste tatsächlich heute ablaufen werden und auch in dieser Woche. Der Bauernverband hat natürlich zu Sternfahrten aufgerufen, die an diesem Montag vor allem im Süden Schleswig-Holsteins stattfinden werden. Da werden die Verkehrsteilnehmer natürlich mit Behinderungen rechnen müssen. Aber spätestens seit der letzten Woche und der Blockade von Robert Habeck, der nicht von seinem Fährschiff in Schlütz-Siel herunterkam, wo Bauern Feuerwerkskörper geworfen haben, weiß man natürlich nie, was lokale Gruppen machen, von denen sich die Verbände strikt distanzieren. Aber es gibt eben auch lokale Zusammenschlüsse, in denen sich erboste Landwirte über die sozialen Medien vernetzen und dann zu spontanen Aktionen aufrufen. Okay, also noch etwas undurchsichtig das Ganze. Gibt es denn Infos zu diesen spontanen Aktionen? Wo und wie das am Ende stattfinden wird und ob es überhaupt stattfinden wird, das kann heute realistisch keiner so richtig beurteilen. Klar ist nur, dass sowohl der Bauernverband als auch die Organisation Landschaft Verbindung sich davon distanzieren und sich gegen jegliche Unterwanderung wehren, die auch von anderen Gruppen kommen könnte. Sprich, in den sozialen Medien wird ja auch immer wieder zu einem Generalstreik aufgerufen oder andere Verschwurbelungstheoretiker versuchen daraus einen Angriff auf die Regierung zu machen, um diese abzulösen. Allerdings ist eben nicht klar, ob so etwas tatsächlich in Schleswig-Holstein stattfinden wird, ob es über die angemeldeten Proteste hinaus zu weiteren Demonstrationen oder Übergriffen kommen wird. Danke Kai. Straßen blockieren, Kritik an der Regierung, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Denn vom Ansatz her haben die Klimaaktivisten ja so etwas Ähnliches gemacht. Dennoch werden die Landwirte jetzt mehr unterstützt als die letzte Generation bei ihren Aktionen. Das ist zumindest mein Eindruck. Meine Kollegin Inga Kausch hat mit Experten genau darüber gesprochen. Inga, warum wird der Bauernprotest denn unterstützt, gegen die Klimaaktivisten aber eher gehetzt? Ich habe zu dem Thema mit Robert Seifert gesprochen. Er ist Soziologe an der Uni Kiel und sagt, es liegt an den Protestformen der unterschiedlichen Bewegungen. Also die Klimaaktivisten würden eher exkludierend protestieren. Was bedeutet, sie bashen zum Beispiel gegen die ältere Generation oder gegen die Oberschicht. Wohingegen die Landwirte inkludierend protestieren. Und das bedeutet, es werden Slogans verwendet wie Nicht vergessen, wir sorgen fürs Essen. Und damit wird deutlich, dass es um das Allgemeinwohl geht und wir eben alle von den Folgen betroffen sind. Ah, okay. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Danke dir für die Erklärung. Zum Thema Bauernprotest hat meine Kollegin Kirsten Stünkel jetzt noch ein Update für euch. Moin Janik. Ja, hier gibt es erstmal noch einen Hinweis für alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Eltern, die für ihr Kind eine besondere Behinderung oder Gefährdung auf dem Schulweg befürchten, können ihr Kind nämlich zu Hause behalten, sagt das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Oder es eben auch vorzeitig vom Unterricht abholen und das Fernbleiben vom Schulunterricht entschuldigen. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag hat die Kaiser aufgefordert, die von Bauern heute geplanten Blockaden von A7-Zufahrten auf die Zeit von 6 bis 9 Uhr zu beschränken. Ja, und ein bisschen weiter geht Landrat Rolf-Oliver Schwemer im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Er verbietet den Bauern ganz, die A7-Auffahrten im Raum Rendsburg zu versperren. Auch der Nord-Ostsee-Kanaltunnel im Zuge der B77 darf nicht blockiert werden. Sämtliche Auffahrten auf der Nord- und Südseite des Kanaltunnels seien freizuhalten, ordnete Schwemer an. Ja, und alle Entwicklungen heute könnt ihr auf srz.de auch in einem Live-Blog nachlesen. Damit seid ihr den ganzen Tag gut informiert. Am Mittwoch beginnt die Handball-EM. In Düsseldorf spielt Deutschland als erstes gegen die Schweiz. Das Turnier findet übrigens zum ersten Mal bei uns statt. Die anderen Gegner in der Gruppe A sind für das deutsche Team Nordmazedonien und Frankreich. Es könnte also spannend werden. Ja, und Sportdeutschland ist ja von den Fußballern nicht unbedingt verwöhnt worden in letzter Zeit, sage ich mal. Aber wie stehen die Chancen für unsere Handballer? Yannick Schappert aus unserer Sportredaktion hat sich den Kader von Trainer Alfred Gislason mal genauer angesehen. Yannick, hat das Team überhaupt eine Chance auf den Titel? Das Team hat eine Chance auf den Titel, wenn auch nur eine sehr kleine. Es müsste schon wirklich alles zusammenpassen, ähnlich wie 2016, als Deutschland ja sensationell Europameister geworden ist. Mit Blick auf die Konkurrenz muss man ehrlicherweise sagen, dass schon ein Halbfinaleinzug dieser deutschen Mannschaft als großer Erfolg zu werten wäre. Das liegt ganz einfach daran, dass andere Nationen eine viel größere Breite im Kader haben. Deutschland ist sehr abhängig von seinen Leistungsträgern, dass sie funktionieren. Das sind Torwart Andreas Wolf, Spielmacher Juri Knorr, Kapitän und Kreisdorfer Johannes Goller und auch Rückraumspieler Julian Köster ist da zu nennen. Alles klar. Und was ist mit dem Rest? Deutschland hat eine sehr junge Mannschaft. Deutschland hat aber auch eine sehr aufregende Mannschaft. Und ganz klar ist, die Mannschaft muss der Star sein. Wenn diese Einheit funktioniert, wenn sie Leidenschaft aufs Feld bringt, dann kann sie die Leute mitreißen. Und dann kann mit zehntausenden Zuschauern im Rücken im eigenen Land durchaus viel möglich sein. Danke dir, Yannick. Die Spiele der deutschen Mannschaft seht ihr übrigens in der ARD und im ZDF. Da läuft auch das erste Spiel. Anwurf am Mittwoch gegen die Schweiz ist um 20.45 Uhr. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Denn als Kieler wächst man quasi selbstverständlich mit dem Handball auf. Ich denke, den Flensburgern wird es ähnlich gehen. Ja, und nicht nur da. Ganz Schleswig-Holstein ist Handballland. Kann man so sagen, finde ich. Aber wieso eigentlich? Wie es dazu gekommen ist und was der Fußball damit zu tun hat, lest ihr auf saz.de. Jetzt kommen wir noch zu weiteren Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Die Grippewelle in Deutschland geht los. Auch in den Arztpraxen in Schleswig-Holstein wird es also voll. Besonders bei den Hausärzten und den Kinderärzten kann es sein, dass ihr länger warten müsst. Die Patientenversorgung ist allerdings nicht in Gefahr, sagt Dr. Gisa Andresen. Sie ist Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Ja, und was ihr auch laut Ärztekammer auf gar keinen Fall machen solltet, ist bei einer Erkältung oder ähnlichem in die Notaufnahme zu gehen. Denn so können die Ärztinnen und Ärzte weniger akute Notfälle versorgen. Irgendwie logisch. Alternativ gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Das ist manchmal vielleicht besser, als im überfüllten Wartezimmer zu sitzen. Am Freitag wurde bekannt, dass der Unternehmer Günther Vielmann gestorben ist. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Aber wusstet ihr auch, dass der Gründer der Optikerkette Vielmann in Schleswig-Holstein geboren ist und sich hier stark für den Naturschutz engagiert hat? Auf saz.de blicken wir zurück auf das Leben des Unternehmers. Und jetzt zum Abschluss blicken wir noch auf die Themen, die in der Woche wichtig werden. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht die Wahl des Landrats an. Doch da gibt es aktuell ein Problem. Die Kandidaten für den Posten stehen irgendwie noch nicht so richtig fest. Meine Kollegen aus Rendsburg gehen der Sache auf den Grund. Außerdem sind wir beim Neujahrsempfang der Landesregierung vor Ort, der ja aktuell unter besonders brisanten Vorzeichen steht. Ja, und dann wäre da natürlich auch noch der Sport. Am Mittwoch beginnt die Handball-EM, das wisst ihr ja inzwischen. Doch am Wochenende gibt es in Kiel das fast schon legendäre Hallenmasters. Das könnt ihr übrigens bei uns im Livestream verfolgen. Dabei sind unter anderem Holstein Kiel, der VfB Lübeck und Weiche Flensburg. Ja, und das war's für heute. Die nächste Folge gibt es am Dienstag, den 9. Januar, wie immer um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr wie gewohnt auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Habt einen guten Start in die Woche und macht's gut!